Musikmachen.de für euch auf der Frankfurter Musikmesse 2014 und ich sehe gerade ganz viele Baby- und Kleinkind-Instrumente. Ich selbst hatte früher wahrscheinlich auch so eine kleine Gitarre, hier oben seht ihr. Diese blaue finde ich ganz stylisch. Aber Näheres dazu bekommt ihr jetzt von Charlie Foggenreiter. Ja, also erstmal hallo nochmal. Wir machen halt nicht nur als Musikverlag Bücher und richtige Instrumente wie E-Gitarre und Cajons, sondern wir machen auch für Baby und Kleinkind sehr viele Instrumente und zwar fängt es schon bei drei Monaten an. Da machen wir für die musikalische oder Vorstufe zur musikalischen Früherziehung, Rasseln, solche Geschichten hier, Baby-Glöckchen, ja, alles Made in Israel, super hochwertig, einzigartig, sind die einzigen Anbieter für musikalische Klangspielzeuge für ab drei Monate, sechs Monate und zwölf Monate. Es gibt einige Sachen, die ähnlich sind, die sind aber dann ab drei oder vier Jahre erst geeignet und das ist dann eigentlich das Besondere bei uns, dass wir halt schon ab drei Monate das machen. Und neben diesen Sachen machen wir halt, haben wir zum Beispiel etwas, was auch kaum einer hat. Das ist ein richtiges Glockenspiel von C bis C gestimmt, ja, ein bisschen Philipp Stark-mäßig designt. Und das Glockenspiel ist ab zwölf Monate und das ist das Tolle, ja. Und das sind Aluminium-Klangplatten, die haben dann hier so eine Schlägelhalterung, richtige Klangöffnungen, ja, und ein Sound, der ist sensationell. Ich kann es gerade mal vormachen. Ja, also absolut gestimmt und das für ab zwölf Monate. Es gibt also keinen Hersteller, der ein Glockenspiel unter drei Jahre hat, was für Kinder halt geeignet ist und so toll klingt, ja. Und ja, in dem Bereich haben wir jetzt sehr viele Dinge. Wir haben also von der Regenprassel über die Meerestrommel, über die Kinder-Ukulele, über die Regenprassel hier, ja, auch ein super schönes Instrument, ja. Ja, kann man also viele Dinge machen. Und neben den Kunststoffsachen haben wir halt auch Holzsachen und da gibt es halt auch eine wertige Linie von Fondreiter, ja, von dem Schellenkranz über den Glockenkranz, ja. Alles schön hochwertig und getestet, bis halt zur Maracas, Triangel und so weiter. Also wir bieten das ganze Sortiment an. Also von null an, drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate, drei Jahre, und so weiter. Ja, also wie gesagt, wir sagen immer schön von der Babyrassel bis zur E-Gitarre. Nicht schlecht, also man kann die kleinen Racker schon direkt in die richtige Richtung stupsen, ob Gitarre oder, ähm, Mann, jetzt fällt mir da eine Glockenspiel, so ist es. Deswegen, also ihr könnt es selber noch mal, oder die Eltern können es selber auch noch mal austesten in den Läden wahrscheinlich. Wir sind raus, Dankeschön. Tschau.